Besteckt euer Boot sonst wo hin? Menschmeier her! Jetzt habe ich gerade panisch auf die... auf dem Zweitbildschirm geschaut. Um mir ganz sicher zu sein, dass ich auch wirklich wieder auf Aufnahme fortsetzen geklickt habe. Eieiei, paranoid werde ich auch noch. Oh man, ihr mit eurem alten Brot... Das ist bestimmt Bernd das Brot vor 20 Jahren. Obwohl es so alt ist, das Spiel noch nicht. Gibt es Bernd das Brot eigentlich schon 20 Jahre? Ich weiß es nicht. Aber ich glaube schon, oder? Aber das Spiel ist noch nicht so alt. Ach ja, ach ja. So. So. Mensch. So. Zwei noch. Ich brauche unbedingt stärkere Tränke. Äh. 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 Nicht Tränke, es sind ja keine Tränke, es sind ja irgendwelche Dinger. Ich brauche auf jeden Fall stärkere Heilung. So bald wie möglich. Zwei tausend Brick die bloß. Boah. Da war da mal die Hälfte von meinem HP. Okay. Jawoll. Jetzt gebe ich das ab und werde keine Folgequests bekommen. Das ist jetzt meine Befürchtung. Ja. Und dann habe ich, äh, 72 Prozent. Quest sagt, ja, sehr schön. Lava Fire Frogs. Eint lag oder hint lag? Okay. Nochmal neun Prozent. Moment. Zeug wieder verkaufen. Ja. Ach, das kann auch weg. Weg damit. Es war schon. Es war schon. So. Wieviel braucht man da? Ein paar davon. Zehn. Oh. Gut. Und wieder laufen. Und dann ans 80 Prozent ungefähr. Plus die paar XP die ich beim besiegen von denen krieg. weg. Eieieieie. Oh, jetzt höre ich das nach. Komm. Weg damit. Wo ist denn da? Weg. Und das kann auch weg. So, passt. Jo, dann sehen wir uns gleich wieder. Gut. So. Lava Fire Frogs. Klasse. Alles gut. Äh. Da hinten. Genau. Ach, ich brauche die Beine. Stimmt. Entschuldigung. Aber ich verstehe das jetzt nicht. Jetzt habe ich ewig lang die harten Brocken bekämpft. Die sieben bis acht Level über denen waren. Jetzt auf einmal kommt eine Quest. Ja, mach einmal Level 41 ab. Hä? Was macht denn das für einen Sinn? Erstens gibt es wenig. Oh, schade. Erstens ergibt es wenig Sinn und zweitens gibt es wenig XP. Hä? Was ist mit meiner Tast? Denk da. Äh. Hallo? Habe ich hier? Oh Mann. Wieso? Hä? 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 Das ist so? Das ist so? Shit. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr wie, wo, was, wo. Ach komm her. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Das kann doch jetzt nicht wahr sein. Mist. Verflucht. Ähm. Ähm. Es war auf jeden Fall noch da. Wo ist das andere? Da ist das andere. Okay. Jetzt schaut es einigermaßen wie das so aus wie es vorher war. Wieso ist das auf einmal verschwunden? Ich verstehe es nicht. Jetzt droppen die natürlich auch nicht. Ich. Ist klar. Ach kommts doch. Ähm. Ähm. Jo. Das kann jetzt eine sehr lange 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 Zeit sein. doch. Nimm. es kann nicht wahr sein, ich hoffe dass nicht die normalen firefrogs dessauben wenn ich die ganze zeit die falschen mache, da steht lava firefrogs jetzt habe ich schon wieder munition nicht aufgefüllt komm da muss doch irgend einer jetzt mal was droppen wir holen wir mal so einen auch ich krieg die krise der Das gibt es nicht. Das gibt es einfach nicht. Da bin ich ja vorher Level 50 bis ich das Fiat bekomme. Okay, es ist aber wirklich von... Ja! Hä? Das war eine normale Firefrog. So, verarschen lass ich mir nicht furcht. Okay. 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 Right this door here. Ich verstehe nicht, dass es so lange dauern muss. Ich verstehe nicht. Okay, eindeutig die normalen Firefrogs. Das ist jetzt schon der zweite Fehler in der Aufnahme, dass die Normen einfach nicht richtig sind. Schade. Und Florencia wird halt nicht mehr richtig gearbeitet. Das ist bloß noch eine Leute ausquetschende Pay-to-Win Geldmaschine. Ja. Ich verstehe nicht. 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 Ich verstehe nicht.